Der Robert und die Avery sind hier in den Containerbereich gezogen. Eigentlich sind sie in einen anliegenden Zwinger hier gezogen, der ihnen täglichen Freilauf hier ermöglicht. Heute bin ich sehr froh, weil die Avery zum ersten Mal ihren Zwinger verlassen hat und hier draußen die Gegend erkundet mit ihrem Sicherheitsgurt Robert. Robert war natürlich vom ersten Tag an umgehend draußen, sobald die Tür auf war. Er ist ja hier richtig auf den Geschmack gekommen, was Freilauf angeht und ist ja eh ein total unerschrockener, aufgeschlossener Kerl. Jo, die Avery erkundet die große weite Welt. Wahnsinn! Oioioioi! Oioioioi! steffe betty ist natürlich immer immer am start wenn es hier um neue zugänge geht robert fand sie schon ganz schick und die every kent kennt sie noch gar nicht aber wir arbeiten